Willkommen zurück im Drüsenland. Ich hatte ja gesagt, dass ich offline hier schon mal ein bisschen Land abgras bzw. den Berchtentenabbau. Das habe ich dann auch gemacht, wird gleich schon wieder dunkel. Ja und zwar müssen wir ja noch die Felder ein bisschen ausgleichen und wie ich hier sehe fehlen ja sogar noch welche 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 Kann man die einmal so durchziehen, als wir da ankommen. Was die Straße hier durchkommt. Dann guck mal, das ist doch schon böser. So, komm hier. Ich krieg mal kaputt ey. Obwohl er mich noch auffrisst. So, hier ist wieder ein Weg. Hier brauche ich schon mal keinen Steine auffüllen. Der Stein herausholen mit Sand auffüllen. Hat sich dann auch erledigt. Da ist noch einer. So, dann haben wir hier nochmal. Doch so ein Feldchen. Da sind noch ein paar. Warum ich so viele Felder hier habe, liegt einfach daran, weil es ziemlich viel gibt, was man anpflanzen kann. Es gibt nämlich auch jede Menge Rezepte, die man halt wachen kann für das Essen. Irgendwie Sandwiches und Milchshakes glaube ich. Also leckere Sachen. … Jaaa Ich bin aber schon fast durch Nur noch ein paar Wildschwein, wir auf dem Weg Ey, komm mal, spinnst du? Aber wird hakt ey Wird schon das Bett aufsuchen, wird schon der Dunkel Ja, ich such mal eben das Bett auf Alles wird schon der Dunkel Ja, das Loch habe ich da reingekloppt Weil ich habe mir gedacht, man könnte hier so ein bisschen was freiräumen Und dann so ein Panoramafenster da drin Und so ein Balkon dann halt nach hinten raus Könnte ja ganz gut aussehen Jetzt zuckt es immer noch Schädert nicht An einem schrägen Licht Ich kann doch eigentlich gar nicht, aber vorher auch nicht Schon seltsam Normalerweise würde ich da gerne was raus machen Das ist nämlich nur hier, wo das Dach drauf ist Das hat er so rumgezuckt Wenn ich nach den Frames gucke Die sehen eigentlich nicht alles normal aus 50, 60 Gut, 50, 32 Aber das reicht auch noch Also eigentlich sollte das vernünftig laufen Ah 6 Viecher So, machen wir hier mal weiter Die Kleinigkeiten aufhalten Ja, das kann man direkt an mir reparieren So Zum Beispiel Wieder einen Weg Hier kommt wieder unten Geh weg da Waschbär Hau ab Ich bleib schuld Ich hab gesagt, geh weg Wenn er nicht hören will Kriegt er ein paar mit der Schippe Kein Problem mit Fertig Dann würde ich sagen Können wir mal hier sehen Ob er den Kremplier noch rauskriegen Ob er nicht reingehört Wie soll es ein bisschen schön aussehen Das ganze Gewasser hier Da sind auch noch ein paar Steine drin Hier noch ein paar So So Hier weiter So Hier weiter Ist ja irgendwo in der Höhle drunter oder so Wahrscheinlich irgendwelche Viecher Aber Aber ich seh keiner Eigentlich sollte ich Reihe für Reihe durchgehen Fangen wir mal hier hinten an Das ist glaube ich sinnvoller Ah, hier durch Der ist in Ordnung Der ist wieder nicht gut Ich weiß aber Kupfer drin Brauche ich aber nicht Werde ich noch genug vom finden Also Kupfer ist hier nämlich ziemlich gut vorhanden Kupfer So Dann habe ich hier nochmal Hier auch nochmal ein paar Die wird dann auch noch weg Kupfer Brauche ich nicht So, da war die erste Reihe Zweite Reihe Da sind ein paar Da sind ein paar Ja, ich habe noch 500 von dem Dreck Zeug Sollte ja wohl reichen Wollt essen Halbbar verhungern Hm Hm Naja Ein bisschen Aufwand Deshalb habe ich das auch im Offline Eigentlich gemacht Und den ganzen Kram hier abgehackt Das wird halt viel zu lang dauern Da war ich auch eine Zeit mit beschäftigt Das ging auch nicht so schnell So Hätte ich schon ein paar Folgen für dann geben müssen Dann Alleine nur für den ganzen Berg dann wegholzen Weil so riesig war der Berg nicht Ungefähr so wie da So vier, fünf Fünf Meter hoch oder so Auf so einer Fläche Na Dauert das Leben Ja War ja schon Jaaaa Das war ja auch schon der Fassbuckig War So, die nächste Reihe Guck mal da Ist die auch fertig Nächste Reihe Aber guck mal da Haben wir noch gar nicht alle gemacht Mist Warte ich gleich vorsehen Warte ich gleich vorsehen werde ich wohl gleich sehen anderen seite wieder kommen überall steine darunter ist der boden hier nicht hier ist grün auch gut auch gut er ist auch gut hier ist wieder einer so jetzt müssen wir hier noch einmal einen durchziehen irgendwie vergessen habe es aber kein problem aber eben machen den hatte ich jetzt fertig hier oder wird sieht so aus so machen wir mit dem weiter bleierd brauche ich auch noch nicht alles ein zweiter portal wenn ich da irgendwas brauche kann ich besser dahin gehen da findet man nämlich schneller was zum beispiel eisen wenn ich eisen haben muss kann ich besser twilight bin ich da viel schneller wobei hier muss es auch noch eisen geben irgendwo also ich habe mich auch schon mal eisen gefunden zumindest auf meinen ersten server den ich hatte da ist das kein problem gewesen da habe ich so eisen gefunden dies will jona brauchen der dunkel immer dunkel werden muss manchmal denke ich auch dass mein kraft immer eher dunkel ist als hell ich glaube da sind die meisten aber auch schon fertig kann ich ja gleich schon mit der wasserbefüllung anfangen nachdem ich ins bett gegangen bin äh da ist man mit ich glaube da ist das